Wie heißt es, zusammen durch dick und dünn zu gehen? Miteinander heißt, zusammen durch dick und dünn zu gehen. Miteinander heißt für mich, gemeinsam auch mal Dinge auszuhecken, die man vielleicht nicht so erwartet. Miteinander heißt für mich immer auf Augenhöhe. Miteinander heißt, neugierig zu bleiben aufeinander. Zusammen auch mal Grenzen zu überschreiten, aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, mutig in die Zukunft zu blicken. Und miteinander heißt für mich auch immer die Fähigkeit, sich in die Perspektive des oder der anderen hinein zu versetzen. Und zu verstehen, was Gründe für bestimmte Verhaltensweisen, für bestimmte Entscheidungen tatsächlich sind, um das besser verstehen zu können. Und ein gutes Miteinander, ein fröhliches Miteinander trägt immer dazu bei, dass wir in unserer Gesellschaft stark und ohne Diskriminierung und ohne Ausgrenzung hoffentlich irgendwann mal leben werden. Und deshalb ist es so wichtig, Menschen zu haben, von denen man weiß, mit denen kann man miteinander gehen. Und das ist so wichtig, Menschen zu haben, von denen wir heute nicht möglich sind. Untertitelung des ZDF, 2020